Hallo meine lieben Damen und Herren, hier auch noch ein Schmankerl vom Erik Rudolf. Guten Tag Herr Müller, ich bin seit vielen Jahren ein treuer Zuschauer von Ihnen und muss Ihnen sagen, dass ich mich immer wieder erfreue, ein neues musikalisches Meisterwerk von Ihnen hören zu dürfen. Sie sind der einzige auf der Welt, der solch ein Temperament und so eine schöne Stimme hat. Außerdem beeindruckt mich Ihre selbstbewusste Ausstrahlung jedes Mal aufs Neue. Machen Sie auf jeden Fall weiter so. Dieser Brief kann auch gerne in einem Video erwähnt werden. Mit freundlichen Grüßen, Herr Erik Rudolf aus Chemnitz. Schön, dass Sie das so sehen, aber die finsteren, dunklen Astralwesenheiten in der Astralwelt. Die versuchen echt alles, um mir meine Stimme zu vermiesen und dass ich scheiße singe und so. Und dass ich nicht selbstbewusst bei und so und mir das alles kaputt zu machen. Immer diese Angriffe da aus der Astralwelt. Aber davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Ich würde mich auch nicht nur anschauen, rutschen. Dann freuen wir uns unter哀kioni, rutschen. Danke. Danke. Danke.